Hallöchen hier aus dem Helikopter-Freiflug-Senatorium, äh Sanatorium. Senatorium passt natürlich auch, genau. Seniorenzentrum auch. Die Heideltraut hat das Spiel gerade verlassen, die ist diese Folge nicht dabei, aber die sagt bestimmt noch mal hallo. Hallöchen und tschüss, viel Spaß und der Tobi rettet euch alle und äh... Bis Heideltraut! Ihr habt nicht verlassen! Alter, wir landen gerade. Wieso landen wir hier? Mit vier Sternen landen wir hier? Ne, ach der Currywurst geht noch ein bisschen runter. Boah, noch mal hin. Ey, warte, können wir hier aus dem Wasser rausspringen. Tschüss Heideltraut, mach's gut, ne? Tschaui, tschau, 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 tschau. Mach's gut, Dennis, tschau. Ja, der Dennis muss leider noch, äh... Was muss der eigentlich machen? Ah, Fernseherabend. Der muss noch onanieren heute Abend. Der hat die Ladung noch nicht weggeschossen. Ich wollt sagen, Fernseherabend. Ich bin noch da, Freunde. Ach so, Mist. Oh oh. Ich wollte, ich wollte, ich wollte ihn gerade loben. Wie fleißig er jeden Abend die Dinge in die Hand nimmt. Ich setz mich sogar auf die eine Hand und warte, bis sie taub ist. Oh mein Gott. Alter, das geht nicht. Tschüss Dennis, mach's gut. Tschau. Ah. Alter, Dennis, Alter, ist super ekelhaft. Ne, der ist ja super ekelhaft. Der Dennis mag ich aber auch nicht. Der wäste ich auch nie die Haare, ne? Und die Hand auch nicht, nachdem man drauf gesessen hat, Alter. So, Alter, wir sind immer noch auf der Flucht übrigens. Gerade zwei Helikopter sind da noch. Aber der Currywurst, Alter, der fliegt wie eine Eins. Ja, der ist wirklich super. Also das hat der drauf. Da kann man nicht sagen. Bei dem würde ich auch mal Rot-Weiß bestellen. Schalke oder was? Ne, Bommels. Ach geil, Alter. Und hier können wir, hier können wir jetzt nämlich flüchten. Pass auf. Hammer. Danke Currywurst. Super Currywurst. Alter, super Typ. Da kommt ein Helikopter, ne? Ja. Oh, oh. Alter. Ich weiß noch nicht genau, wo wir uns jetzt... Wieso spielst du aber eine Frau, Tobi? Fällt mir jetzt erst auf. Ja, ich, äh, das war die einzige, die ich durch das Rennen am Anfang gebracht habe. Ach, das ist eine Frau? Ah, okay. Das ist eine Frau. Ich hab Zöpfe, guck. Warte, ich kann dich grad nicht angucken. Ich renne lieber dem Currywurst. So, hier, hier vielleicht. Der weiß nicht, wo es lange geht. Renne lieber dem Currywurst. Bist du sicher? Ich hab auch keine Sterne mehr. Hier ist ganz nett eigentlich. Ja, ist chillig hier in der Chemiefabrik. Deutz. Guck mir danach den, den Tobi, die alte Schlampe an. Alter, der nimmt einen mal richtig zwischen. Ich glaub, der weiß nicht wirklich, wo er hinläuft. Äh, ich glaub auch. Ah, hier drunter ist er. Das bringt nicht viel, glaub ich, Currywurst, oder? Wo drunter? Ja, der hat sich hier drunter verschanzt. Soll ich ihn einfach erschießen? Nö. Ah, cool, das bringt's. Kommt her, komm her. So. Und gegen die Wand, gegen die Wand. Ich hab keine Bullen mehr. Ich bin bullenfrei. Ach, ich bin auch bullenfrei. Ich noch nicht ganz. Yeah! Bullenfrei seit zwei, drei. Also der Sarraza steht hier, wenn ihr ihn sucht. Warte mal. Geil, 5000 Kopfgeld für Sarraza. Ey. Bin voll der arme Penner einfach. Ich hab das Spiel immer noch nicht hingekriegt. Bin immer noch voll schlecht. Lehn nicht gegen die Wand, Walle. Lehn nicht gegen die Wand. Mein Charakter ist aber auch so schlecht, ne? Rechts oben. Einfach gegen lehnen. Hier rein? Nein, rechts oben. Ja genau, genau. Und dann müsst ihr eigentlich gleich... Nein, jetzt haben die mich wieder. Das gibt's doch nicht. Bleib einfach an der Wand dran. Ich bin doch im Suchfeld hier. Er ist woanders! Er ist woanders! Jungs, ihr könnt abdrehen! Äh, ich werde erschossen. Das ist nicht so gut, generell. Nee, ich glaube, hier bin ich nicht so sicher. Vielleicht an den Container, hier drüben? Wie behindert's das denn bitte? Ey, nur weil ich mich nicht gegen die Wand gelehnt hab. Alter, 616-Player kommt grad mit dem Ding ins. Der Kastrierer ist auch da. Hilfe, Hilfe! Alter, wie geil ist denn das hier bitte? Wie geht das denn ab mit den anderen Spielern? Ey, ich flieg mit den anderen Jungs mit. Ich steig immer beim Kastrierer ein. Ich steig beim Player ein. Komm hier, spring beim Player rein, Alter. Das ist auf jeden Fall die bessere Nummer. Einfach alle da mitfliegen. Und dann hauen wir ab. Wie geil, also das muss ich ja immer noch sagen. So, und wieder vier Sterne. Mitgehangeln, mitgefangenen. Alter, dann seilen sie sich sogar gerade aus dem Helikopter ab. Hab ich das richtig gesehen? Boah, das ist Hammer. Alter, wir haben echt Probleme mit den Bullen einfach. Die anderen machen Gang Wars und wir kämpfen gegen das Gesetz. Guck mal, der Sonnenuntergang da hinten sieht krass aus. Ah, Tobi wird romantisch. Der spielt eine Frau. Sieht aber echt geil aus. Sieht aber echt geil aus. Black Hawk Down! Tränen der Sonne! Tränen der Sonne? Das war doch mit dem Kindersoldaten. Alter, geil! Hammer! Hammer! Ey, was ist das denn da so schönes da unten? Scheiße, ich kann grad nicht zielen. Wieso kann ich ja nicht zielen? Ich hab eh keine Munition die ganze Zeit. Ach, weil ich sind hinten drin. Scheiße. Ich muss unbedingt mal eine Ruhepause einlegen können. Schön mal gemütlich einfach nur so einen normalen Laden überfallen. Ein bisschen Munition kaufen, den nächsten Laden überfallen. So, wisst ihr? Das müssen wir mal machen. Vielleicht kriegen wir das mal diese Folge hin. Obwohl das mit dem Heli natürlich der übelste Schritt ist. Vor allem diese Perspektive ist so geil, wenn der Polizeihubschrauber euch beobachtet. Ach, diese Verfolgerperspektive, ne? Ja, das sieht super aus. Oh, oh, ich glaube wir brennen, Jungs. Ja, ich glaube auch. Wir brennen tatsächlich, oder? Ne, das hat nur so ausgesehen. Das war die Reflexion bei den Scheiben. Wir brennen noch nicht. Noch bleibe ich drin in dem Ding. Also Currywurst ist am Ballern gerade, wie ich so sehe. Wenn's Currywurst noch ist, glaube ich Currywurst. Ich kann leider nicht zielen, weil ich hinten in der Passagierkabine sitze. Wieso kann man die Fenster nicht aufmachen und mitballern? Ich wünschte, ich könnte ballern. Ich wünschte, ich könnte euch helfen, Freunde. Ich joine die Ballers. Ah, 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 ah. Du bist doch eher Ballast. Boah, was war das denn? Was war das denn gerade? Lightbitter das Spiel verlassen und das irgendwas abgekürzt. Das war das. Oh, oh. Ai, 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 ai. Karamba. Alter, hier raus. Alter, ja, geil. Geil, geil, geil. Komm schon, das schaffen wir, Jungs. Alle da rein. In den Tunnel. Äh, äh. Das lehnen wir nicht. Ich kann mich nicht gegen lehnen. Nee, Tobi, leh nicht gegen die Wand. Nachher geht das schief wieder. Ich habe keine Muni, Erik, ne? Okay, warte. Ich kann die mit einer leeren Waffe beschießen. Das Problem ist, aber bei mir schießt der eben auf Bullen. Oh, fuck, fuck. Oh, fuck, fuck. Oh, fuck, fuck. Nein. Der ist tot. Ich habe ihn. Ah, die haben uns. Jetzt sind wir im Arsch. Ich bin fast tot. Okay, renn, renn raus hier. Oh, Entschuldigung. Oh, ich wollte dich nicht. Du Broganer. Auf der Flucht, ihr werdet mich nie fangen. Ich schlage mich in die Berge. Das war den Kollegen getötet einfach. Entschuldigung. Ja, auf der Flucht, Alter, gibt es keine Gefangenen. Fuck it. Was liegt denn da unten? Scheiße. Der Helikopter. Ich habe den Helikopter. Ich glaube, der ist noch ganz. Hä? Oh, der ist ja ausgebrannt. Ich schaue mir das mal näher an. Hey, Tobi. Hallo. Ich habe es geschafft. Ich habe keine vier Sterne mehr. Und du? Ich auch nicht. Hey, 616-Player ist auch wieder da. Komm, wir klauen mal ein Auto in der Nähe von den Bullen. Am besten klauen wir mal eine Bullenkutsche. Oh, Kastrierer tot, Currywurst tot, Alter. Das war heute auf jeden Fall. Was ist denn da unten bloß los? Darf ich einen Vorschlag äußern? Natürlich, lieber Sarazza. Sollen wir uns jetzt eine Karre schnappen, wo wir jetzt die Kops nicht mehr im Arsch haben? Oh, oh, ich bin nicht so ver... Das Problem ist, dass wir über Bullen in der Nähe sind. Und sobald wir uns eine Karre schnappen, werden wir wieder gesucht. Wir haben auf jeden Fall... Hier ist ein Trecker. Meinst du, der ist... Da werden wir auch gesucht. Ah, hier ist schon das Einsatzkommando. Wenn ich den Trecker von der Scheune hier mitnehmen, werden wir doch nicht gesucht, oder? Kann nur einer mitfahren, ne? Das ist ja doof, stimmt. Okay, warte, lass die mal ihre Wagen abholen. Nein, 616-Player, noch nicht den Heliklauen. Hier sind überall Bullen. Wir brauchen Geld. Kishi! Äh, Rishi, Rishi wird gejagt, glaub ich. Hier ist kein Auto. Bin hier irgendwo mitten in der Pampa. Alter, ne wehrlose Frau auf einer Straße erschießen. Was sind das nur für Verhältnisse in Los Santos? Das ist nicht mehr die Stadt, die ich geliebt habe. Hier stehen wir sowieso schaulustig einfach. Ja, natürlich. Man muss ja auch alles mal angucken, wenn man die Chance hat. Der Kastriere ist auch da. Hey! Hat sich umgezogen. Nochmal hübsch gemacht, grad für die Aufnahme. Was machen die hier alle noch? Currywurst ist auch da? Und ich bin hier einfach mitten im Nichts. Ach, der Kastriere hat sich gar nicht umgezogen. Der sah vorher schon so aus, das war Currywurst mit dem roten Hemd. Warte, wo bist du denn? In the middle of nowhere. Jetzt stehen wir hier alle. Okay, ich organisiere irgendwo ein Auto. Bei dem 20. Bauernhof kriege ich dann eins, der hier ist. Okay, ich klaue hier keinen Wagen. 616 gleich ist tot. Ich habe einen Jeep für uns, Jungs. Ich habe einen Jeep für uns. Super. Komm mit dem vorbei. Am besten nicht direkt zu den Bullen, falls die dich wieder tracken. Okay, dann geht ein bisschen Richtung mir. Zu mir. Ich laufe der gerade entgegen. Und dann fahren wir zum nächsten Shop und räumen den mal richtig schön leer. Genau. Da bringe ich nur Geld. Das ist eine gute Idee, Sarata. Der Tobi hatte doch 20.000. Wie viel hast du noch? Ich habe jetzt noch 4.000. Boah, das ist ja ein bisschen voll der Bonze, Alter. Oh, mein Jeep hat sich überschlagen, aber es erfährt noch. So, der Kastrierer ist am Start, Tobinator ist am Start, Reishi ist am Start. Schau mal, Jungs, hier. Springt rein. Plätze nur, solange der Vorrat reicht. Oh. Ach man, die arme Reishi. Nee, springt drauf, Reishi. Geil. Wir haben einen Stern, wir haben einen Stern. Okay, dann müssen wir uns wohl abhauen. Vollgas. Zeig, was du drauf hast. Du bist lustig. Ich mache immer First Person. Gucken wir mal, wie er fährt. Wow. Wunderbar. War doch gut. Ich wollte auf die anderen warten. Oh, Reishi ist schon wieder tot. Ruhe in Frieden, Reishi. Ruhe in Frieden. Okay, jetzt gibt es aber echt Tube hier. Weg hier. Drückt mal auf die YouTube. Haltet euch am Controller fest, Jungs. Alter, ich krampfe gerade schon wie eine Frau bei der Geburt. Boah, das Gelände ist hier schon krass. Ich fahr mitten übers Feld. Nur zu Warnung. Sehr gut, sehr gut. Abkürzung. Okay, ich weiß nicht, wo es da lang geht. Zwei Sterne haben wir jetzt schon. Alter. Sammelst du Rabattmarken oder was? Ich weiß nicht, weil du von den Bullen geflüchtet bist wahrscheinlich. Boah. Der dreht sich ganz schön schnell, der Wagen. Man muss aber mal sagen, die Bullen, ganz ehrlich. Ey, das war super. Guck mal. War eine super Aktion hier. Oh, da kommen die Cops. Wir müssen über die Landschaft fahren. Dann bleib mal ein bisschen in der Landschaft. Dann werden wir den Stern auch los. Ja, genau. Einfach nicht ganz so schnell fahren. Kannst du fahren, aber nicht ganz so schnell. Ich fahr einfach mal in der Pampa lang. Genau, genau, genau. Das erinnert mich mal wieder an Breaking Bad, muss ich sagen. Ja, Stern ist weg. Stern ist weg. Cool. Dann frage ich mich, soll ich trotzdem hier drauf und bleiben? Da kommen wir bestimmt heile an. Hier ist ja alles ausgebaut. Fahren wir auf den Gleisen. Ja, aber dafür werden wir nicht vom Kopf herwischen. Ich sag gerade nicht schon wieder ein Kopf. Das ist Currywurst. Ey, der hilft uns auf die Beine. Danke Curry. Wer ballert denn da? Nicht ballern. Nicht ballern! Kastrierer, hör auf! Wir sind den Stern gerade losgeworden. Halt! Yeah! Das war doch Spaß, oder? Ich zuck bei dem Fahrstil nicht mehr zusammen. Zwei Sterne! Okay, zeig was ich kann. Was ist los? Warum bin ich nur über die Wallerei gefahren? Hängen sie ab! Ja, das ist Vollgas, was ich gerade mache, ne? Boah! Also zur Info. Der Wagen ist nicht so der Beste. Der Kastrierer zeigt den Mittelfinger. Ist der out of ammo? Es sieht so aus. Er zeigt den Kopf, den Mittelfinger. Das gibt bestimmt gleich drei Sterne und einen Eintrag im Klassenbuch. Mir reicht's. Fahr querfeld ein. Nur so können wir die abhängen. Wir haben ja immerhin nen Jeep. Der ist nicht schnell. So, ich zeig jetzt auch die Mittelfinger. Yeah! Jo, hat geklappt. Den einen sind wir schon mal los. Haltet euch fest am Controller, Jungs. Zeigt das nicht zweimal. Ja, mach ich gerade. Deswegen zeig ich den Mittelfinger. Klappt super. So. Siehste? Einfach nen Jeep schnappen und mitten in die Wildnis fangen. Weißt du, da liegt ein Felsen auf der ganzen Strecke. Das liegt an der Kantenglättung. Wir haben nicht genug Kantenglättung. Ja, das stimmt. Die werden uns natürlich immer wieder... Ficken! Kommt bei euch auch immer diese Pause-Menü? Boah! Ne, bei mir kam gerade ein Must. Ne, das hab ich gerade gelesen. GTA Dollars im Xbox Game Store gekauft werden können. Ja, 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 ja. Das kommt bei mir auch immer. Ich bin bald so verzweifelt. Ich mach das. Äh. Was? Wir schießen ja auf uns. Das sind Spieler. Das sind Spieler, andere. Aber wer? Ich weiß es auch nicht. Ich hatte keinen anderen Radar. Da sind zwei Spieler hinter uns auf den Gleisen. Dahinter folgt noch einer. Alter. Wir sind freiwild echt bei GTA. Wohohohohohohoho. So, pass auf. Die ballern jetzt bestimmt aber auf uns. Nein, ihr bleibt drinnen. Bleibt in der Karre. Ich krieg das in den. Currywurst und ma boi. Der Schildkröte. Alter. Hör doch mal auf. Boah, Alter. Guck mal, das ist halt Mahohnie. Mahohnie. Mahohnie zehn hatte ich fertig gemacht. Ich glaube wir gehen jetzt alle mal auf Mahohnie. Achso, ich bin alleine auf drei Leichen. Mit drei Leichen. Geil So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken Wieso aktiviert er denn die Shot Ich brauch dringend Muni, wieso hab ich keine Muni mehr Ich hatte mir so viel Muni gekauft Oh, Rishi blutet aber ganz schön stark Also, Mahoni hab ich Super, hast du gut gemacht So, ich bin auch da Müssen wir Rishi auf jeden Fall einladen Mit uns zu fahren Aber nicht in der Bullenflitsche, oder? Ja, wir fallen so oder so aus Mit beiden Autos hier Aus vor allem, auf So, ich wette, Mahoni wills dann auch nochmal wissen Oh, oh, die Cops kommen Ich hab erstmal, ich hab erstmal Ja, ich hab erstmal keinen Stern gerade Ich hab gar nichts im Moment Ich auch nicht Was ist mit dem Tobi? Ich organisiere mir gerade eine Karre, warte Ich hab eine Komm euch hinterher Willst du, nee, dann kommen wir uns abholen, dann fahren wir damit weiter Okay, warte Boah, Alter Ach du heiliger Bimbi Also ich komm auf jeden Fall mit einem super Geländewagen Lieber Krieg Oh nein Wer ist, wer hat denn Nee, dann komm, dann lass uns die Kopf Tobi, hast du drei Sterne? Nein, nein Rishi, komm rein Wer Hinter wem ist denn der Helikopter her, oder ist das Wer ist der Helikopter? Rishi, spring rein Spring rein, Rishi Er nimmt den Omnibus Erzähl mir nicht, das ist Alter Warte mal, wir müssen alle hier rein, oder? Mahoni von hinten durchziehen, Alter Was für ein Wichser Und mich auch gleich Da hinten Ich hab keine Muni, Leute Ich muss im Auto bleiben Boah, ich brauch dringend ne neue Knarre Diese Shotgun ist echt so lächerlich Wo ist Mahoni? Oh, ich hab Kastriererblatt gefahren Shit Hä, jetzt bin ich wieder hier? Alter, was hier einmal los ist immer Tobi, super Du hast ihn aber erledigt Oh, fuck it, ey Die Polizei nervt uns Ach du Scheiße Ja, das mit dem Bullen ist echt ein bisschen sehr übertrieben bei online Nein, nein, tot Vor allem, wenn man gegeneinander so ein bisschen Gangwar machen möchte oder so Okay, Leute, jetzt Nicht zu den Cops Jetzt nutzen wir die Chance und überfallen mal den Laden Und probieren mal ein kontrollierendes Spiel aufzubauen, oder? Bleib mal stehen, Tobi Sag erst mal Honi Mal gucken, wer ist da hinter mir her? Nee, wir nehmen uns jetzt hier irgendwo ne Karre Komm mal zu uns, Alter Wir sind jetzt, haben jetzt kein, äh Warte mal, da ist noch ein Segelflieger? Obwohl, obwohl, muss ich sagen Deine Chantal sieht gar nicht so scheiße aus Zeig mal, bleib mal stehen, Tobi, bitte Geht eigentlich, ne? Alter, Mahony färbt mich jetzt auch noch tot Ja, geht, absolut Lippenstift ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ansonsten So, sorry, Mahony Sorry, Mahony Der hat mich gerade angefahren Ich weiß nicht genau Oh, schnell, Knarre weg Ich weiß nicht genau, ob der jetzt für oder gegen mich war Der hat meinen Dacko dreckig gemacht Der Mahony hat uns die ganze Zeit angegriffen Also kein Thema Ja, ja, ja Tobi auch mehrmals, echt, so muss ich mich hierfür entschuldigen Nee, weil ich ihm gerade voll ins Gesicht geschossen habe Ich glaube, der wollte, dass ich einsteige, aber Bock auf ein bisschen Lesben-Action? Zeig mal So, Freunde, ich fahr Hippie-Bus Oh nein Hast du die Cops am Arsch oder nicht? Ich hab einen Stern Hier ist auch FIFA-Zocker Alter! Pass auf, Walle, da kommt einer Alter! Nee, der haut mich nicht Hilfe! Bring schnell rein, den Hippie-Bus Alter! Fahr mit Was für ein Benner, Alter Alter! Mahony hat dich erledigt Hat Regi erledigt Hat Tobi ein FIFA-Zocker Anders war FIFA Boah, ey Was, der haut mich tatsächlich? Was soll das FIFA-Zocker? Sorry, Mahony, aber wenn man die ganze Zeit rumballert, dann muss man sich nicht wundern Wir werden nie Wir werden, ich fürchte, wir werden im Online nie zum richtigen Spiel kommen Wir müssen uns Geheim-Accounts machen, glaub ich Doch, jetzt komm her Ich laufe, aber ich fürchte, ich werde da gleich irgendwie weggeschossen Angezeugt Hier, komm Jungs, ich hab den hier, diesen Truck Nee, nee, hier Warte, warte, ich lauf auf dich zu Hier, hier bin ich Ihr lauft falsch, Jungs, ihr lauft falsch Hä? Ich lauf doch grad auf dich zu Okay Tobi? 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 Tobi, hab ich nicht Spaß Achso Bist du das im Truck, da vorne im grünen Truck? Ja, in der bin ich Spring rein, Alter Ich nehm dich mit und dann hauen wir hier ab Und dann folgt mir Okay, warte, läuft jetzt auch mal rum Oh, jetzt kann ich Regi nicht mitnehmen Jetzt kommen die ganzen Spieler hier an Alter, wir müssen weiterfahren Okay, fall los, fall los FIFA-Zocker Scheiß drauf Ihr willst schon auch selber, wie du sagst Alter! FIFA-Zocker wollte mich grad angreifen Tobi, fahr Oh, jetzt hast du Regi totgefahren Das wollte ich natürlich nicht Wer ballert da auf uns, welcher Arsch Ja, wir holen mit Sicherheit Oh, nicht, aber holen wir schon wieder, ey Der ist hinter euch Super, super, danke dir Der hat ne Beschleunigung, Alter Das ist schlimmer als alles, was wir hier gefahren sind Also ich fürchte, dass so viel Spaß es auch macht Aber wir kommen nicht mehr zum richtigen Spiel Sobald wir auf öffentlichen Servern spielen Das geht einfach nicht Doch, wir können auch passiv machen auch Ja gut, aber das ist ja auch nicht geil Da kannst du ja nur noch die Hälfte machen Und die können dich vor allem auch umfahren Also wenn die nicht spinnen Ja, wir kriegen das schon hin, Jungs Wir müssen einfach nur mal hier aus dieser Actionzone raus Achso, du meinst die Leute kommen einem nicht hinterher Achso Doch, bestimmt Aber da müssen wir halt echt ein Passivspiel starten Wenn das jetzt zu krass wird Obwohl jetzt gehts zum Beispiel Jetzt verfolgen uns vielleicht ein, zwei Okay, irgendwer Irgendwer kommt da oben mit dem Helikopter Ich weiß aber nicht, wer das ist Ich sehs auch nicht gerade Aber es ist schon krass, einfach Huuu Huuu, Action! Ja, ich mein, wir müssen erstmal Geld verdienen Ein bisschen, bevor wir uns jetzt hier in den Game Wars einlassen Ja, ich würde ja auch gerne Aber im Passivmodus kann man ja wahrscheinlich auch keine Medien überfallen Mein Charakter schießt noch Scheiße Ich schieß Scheiße Vor allem das Schlimme ist Du kriegst halt so 1000 durch so einen Raubüberfall Wenn du zweimal stirbst, ist die Kohle halt weg Ja Ne, 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 ne Du kannst es über Handy sofort einzahlen auf der Bank Achso, über das Handy geht auch Über Handy geht auch Kannst du sofort einzahlen, macht das auch Das müssen wir machen Ja, das müssen wir machen Das hätt ich direkt machen sollen Nach jedem Bankraub Immer sofort machen am besten Aber du kriegst auch 500 abgezogen, wenn du so stirbst Ne, auch vorm Bankkonto auch Warte mal, bist du das hinter uns? Ja, ja, das bin ich Okay, vor uns kam Da ist noch einer Ne, mit dem Heli Das ist der Heli, ne? Aber ich weiß nicht, wer das ist Der schießt aber auch nicht Ähm, warte mal, wo ist denn mein Dingszeichen hingesetzt? Oh, schön balanciert Uh, wo sind wir denn hier? Keine Ahnung Hier können wir in die Neckung gehen wieder Hier ist die Treppe Ach hier ist das schon wieder Ach Mahoni, du verprästest dich doch mal Aber wir haben eh keine Cops mehr Wir haben keine Cops mehr Hast du noch Cops Tobi? Ne, ne, ne Okay, gut Pass auf Ach, wenn der Mahoni kommt Schießt der? Weiß es noch nicht Ich traue ihm nicht Glaube nicht Okay, der fällt weg Okay Hau bloß ab Okay, dann setze ich jetzt mal uns Puh Wenn wir jetzt einmal Ruhe haben kurz Ja Ah Wer kommt da? Alter Currywurst Alter, was war das denn? Boah Krass Das sah ja heftig aus Ich hab genau grad drauf gehalten Krass scheiße Sehr schön Arme Currywurst, Ruhe und Frieden Oh, ich hoffe das war nicht Mahoni Okay, wir fahren jetzt zurück hier Kinder Boah, die Karte ist so übel Okay, ich glaube Mahoni ist jetzt auch lieb Wir gehen jetzt zunächst Nein, Mahoni Halt die Fresse, Mahoni Aber unsere Karte Autsch Und ich hab... Ich kann nicht schießen, Alter Er hat uns den Reifen kaputt gemacht Ihr habt nen Platten Ja, ich weiß Dafür schiebe ich den jetzt aus der Bahn Nein, der Mahoni hat mich erschossen Der Wagen fährt trotzdem noch weiter Das Problem ist, der muss jetzt einmal überholen Ja, und ich bin jetzt halt draußen, ne? So Hier irgendwo in der Walachat Nirgendwo Ach, Alter, wer fährt denn jetzt noch über mich drüber? Zechariah Zechariah Alter, so ne Wichser Wir können nicht mehr auf Online-Servern spielen Das geht einfach nicht mehr Boah, warte, warte Wir können nichts machen Jetzt geht's los Wir können keine Mission machen Jetzt geht's los Wir können keine Mission machen Das glaubt es mir doch Wir haben mich voll angefahren, der Sack Alter Ja, nicht so ungut, hat er aus Versehen gemacht So Aber Mahoni macht Jagd auf uns Ey, ich hab nen super Auto Hast du das hier? Zechariah Ich dachte grad, du wärst Mahoni oder so Ich bin schon prophylaktisch in dich reingefahren Wie sieht denn der Mahoni aus? Ach, das ist Rechi Ich wollte gar nicht wieder ballern Ne Bei mir fallen grad Bullen rum Bei mir ist Rechi jetzt Ah, guck mal hier, Schiedfahrzeuge Oh, Kassen-Megas-Megas-Megas-Megas-Megas-Megas-Megas-Megas-Megas-Megas-Megas Oh, die steige ich ein Ja, okay Mach schnell Und dann lass das hier weiterheizen Wohin, wohin? Zum Laden, folge mir Oh, Alter Alter Oh, Alter 6-16-Player, Alter Mit ner Rakete reingeschossen Wie geil eigentlich Aber Wir kommen nicht zum Spielen Wir kommen einfach nicht dazu Warte, ich geh jetzt zum Laden Und ihr kommt da einfach hin Vielleicht klappt's ja dann Ich muss nämlich jetzt Geld haben Ich bin voll arm Ich kann nix am Charakter ändern Schon seit ewigen Zeiten Seid mir nicht böse In der nächsten Aufnahme machen Wirklich mein Crew-Server only Mit ihnen weit Ja Weil das geht einfach nicht Wir kommen nicht weiter Wir können nix machen Einfach passiv Wir können passiv nicht Läden überfallen oder sowas Achso, ja stimmt Da ist FIFA-Zocker gerade Ja vor allem die können dich auch noch umfahren Also sonst stirbst du auch Das ist eigentlich egal Ein bisschen blöden gemacht muss ich sagen Alter der hat nen Kampfjet oder was Der 6-16 Der fliegt nen Kampfjet Das ist ja unfassbar Diese wahnsinnigen Scheiße ich hab drei Sterne Wir haben nur bekloppte Zuschauer Alter das macht die echt sympathisch So ich bleib jetzt nicht mal stehen FIFA-Zocker ist auch dabei Nackt Also Sehr Sehr bekleidet Nein nicht umbringen Nicht umbringen Nein Boah die Bullen lassen aber auch nicht ab hier Ne Nein Dauert echt lange Ist jetzt Nagelbretter legen die ja schon aus die Schweine So ich würde jetzt gerne einfach ne Karre klauen und mal fahren Das mach ich gerade Und ich hab auch schon den Laden den ich überfallen will Ohne Munition Ich bräuchte eigentlich euch dafür aber es wird wohl nix mit euch Was? Ähm der Laden ist nicht mehr aktiv der wurde schon ausgeraubt Auch geil Oh Dieser FIFA-Zocker ne Oh nein Das ist Unglaublich Vor allem der war doch vorhin nett Ja Ja Der hat 6-1-6 Alter Der hat mich auch ne So Ich schubs mal Walle aus der Karre Ich? Mich? Der sah aus wie Der sah aus wie du Alter So Boah Ein Stern Ich glaube ich kriegste gerade Abgang Ich glaube ich kriegste gerade Nein krieg ich nicht Scheiße Helikopterin durch Wer fährt denn da hinten mit so einem Auto auf dem Bergen? Das bin ich Ah gut Und ich bin hier irgendwo am Strand lang fahren Oh mein Gott Oh mein Gott Hinter mir sind so viele Cops her Das ist der Hammer Ich kann ja nochmal unbewaffneten Laden überfallen Ey das ist so beschissen dass ich kein Geld hab So Cops abgehangen Tobi bist du hinter mir? Ich komme ja ich komme ich komme Oh Backe Ich komme hinter dir Nein Super Ich habe eine Idee Ich habe eine Idee Ich die Nummer durchziehen kann vielleicht Oh Gott wie ich hier aus dieser Bredouille rauskomme Hilfe Halt bevor wir jetzt los fahren Ich guck mal ganz kurz wo wir hin fahren Ich würde gerne mal wieder ein bisschen in die Stadt Aber ich weiß nicht genau wohin Scheiß wenn ich einen Helikopter am Arsch habe funktioniert der Trick ja gar nicht So ich setze mir jetzt einmal mal einen Wegpunkt irgendwo in der Stadt Damit wir hier aus dieser Walachei rauskommen Ey ganz ehrlich das muss doch irgendwie möglich sein dass wir hier mal wegkommen So ich hoffe wir kommen jetzt unbeschadet mal irgendwo an Weile wir fahren in die Stadt ne Ja ich bin gerade hier Beute am machen aber ich werde schon erschossen und bin tot ach du Heiliger Ich kann ohne euch nichts erobern Ich werde einen Nachruf auf dich halten Da war ein guter Freund Tschüss Leider nichts schade Ich kann ohne euch nichts überfallen weil ich keine Munition habe kein Geld gar nichts Bin so oft gestorben mittlerweile ist deprimierend schon bei einer Vor allem ich habe so viel Muni gekauft eigentlich jetzt habe ich gar keine mehr Oh ich bin hier falsch Jungs sollen wir uns mal hier treffen bei irgendeinem Laden vor irgendeinem Laden Ich fahr jetzt erstmal in die City ich werde raus von dieser Countryside Ich habe da echt die Schnauze voll gerade ein bisschen Ja verstehe ich Bei uns ist irgendein Spiel ja Ja vor uns genau da sieht man schon wie die Wagen ja links und rechts in der Bredouille stehen Ich hoffe der denkt nicht dass wir ihn angreifen oder sonst irgendwas Ich will doch einfach nur in die Stadt Ich will doch aber wieder spielen Yeow Ich kann ja noch nicht mal die 100$ vom Passiv Modus leisten Oh Du müsstest mal bei eurer Jobliste im Handy gucken Vielleicht habt ihr da ja ne Mission das sind ja nämlich geschlossene Lobby Ja ja diese Simeon Dinger haben leider ohne Ende Genau und Gerald habe ich auch ne Mission 1 bis 4 Spieler Aber ohne Muni bringt das halt nicht So da ist ein Spieler auf passiv oder gegenfahrbahn So ich schnapp mir jetzt mal das Auto hier noch ab Oh, da hinten ist die Stadt. Oh nein, natürlich ist ganz zufällig ein Polizist hier, ne, ne. Wie cool der Currywurst über mich geflogen ist, gerade der Hammer aus. So, Freunde, ich komme zu euch irgendwie in die Stadt. Super, super. Aus dieser Countryside raus. Ich habe nur ein beschissenes Fahrzeug geklaut. Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Huch. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich fahre nicht ganz so beschissen wie sonst immer. Ach komm, da ist doch gar kein Auto im Verkehr. Jetzt schmäle er meinen Erfolg nicht. Boah, so, wir sind auf jeden Fall wieder in der Stadt. Warte mal, ich muss hier mal kurz scheiße werden, wenn der Auto... Oh, na, da hätte man rausgemusst, egal. Okay, super, super, super. Komm, gib Gas. Pit. Gebt die Cops in zwei Jahren nicht los. Gut ist, dass der Currywurst über mich drüber fliegt. Das sieht Hammer aus. Der ist ein guter. So. Ach, da flog er auch gerade über mir mit so einem Düsenjet, Alter, das ist unfassbar. Ne, mir ein Helikopter. Ach so, das war dann der 616 wahrscheinlich wieder. Boah, war das ein geiler Panzertruck. Ich hoffe, der schmeißt ja keine Rakete wieder rein, wie letztes Mal. Das Schlimme ist, der kann uns anvisieren mit seinem Kackjet da. Der kann uns einfach kriegen eigentlich. Das kann doch nicht sein. Aber wir sind in der Stadt. Oh mein Gott. Ich bin gerade über den Fluss gesprungen. Ach, und der Jetcon. Alter, wie krass. Was war das denn bitte? So, wohin fahren wir denn jetzt eigentlich? Jetzt haben wir wieder alle Möglichkeiten offen. Hast du Geld? Oh mein Gott. Bisschen, ja. Aber, aber nie genug. Ammonation fahren, oder was? Ich habe Probleme mal wieder. Ja, Ammonation ist, glaube ich, echt eine gute Idee. Du hast Probleme. Ich kann leider nicht mehr zu dir kommen, weil ich jetzt in der Stadt bin. Das Geile ist, Ammonation kann ich mich mal hin. Ja? Weil du keine Kohle hast. Weil mir fehlt die Kohle überhaupt Geld. Ich muss erst mal was überfallen. Oder überweist mir was. Wir können mir was überweisen. Ich nehme mich natürlich gerne an. Kannst du, glaube ich, erst ab einem bestimmten Level machen. Ne, habe ich schon gemacht. Habe ich dem Dennis eben auch überwiesen, Geld. Warte, warte, warte. Wie mache ich das? Freunde, oder was? Wenn du überhaupt noch Geld hast. Ja, auf der Bank habe ich noch 5000. Ach, krass. Dann halt mal Select gedrückt. Das ist aber schon viel gespielt, oder? Während wir nicht aufgenommen haben. 5000 ist nichts. Bei 3 Rauben? Ne, 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 ne. Das hat er nicht gespeichert. Ich habe ja gespielt, aber das wurde alles nicht gespeichert. Das wurde alles wieder resettet. Ach, krass. So, Play Massive. Wie kann ich dir jetzt Geld schenken? Wie geht das? In diesem Inventar, genau. In diesem Zwischenmenü, wenn du Select gedrückt hältst? Äh, ja, ja, nö. Geh da mal hin. Also quasi Handy zumachen, dann dieses Zwischenmenü. Ach, hier, spontanes Rennen, okay. Genau, und dann auf Inventar und Bargeld. Und da kannst du dann Bargeld geben machen. Bargeld geben. Zum Geben übriges Bargeld 0 Dollar. Ja, das habe ich auch. Okay, ich brauche also, wir müssen also ein paar Läden klar machen. Jo, dann komme ich einfach mal in die City. Dann können wir uns aufs Dach legen und erstmal ein paar Läden ausräumen. Ein bisschen Kohle schnibbeln. Boah, ich ge... Ach, das... Ach, das... Ich genieße gerade... Dann lassen wir uns Fressen und dann machen wir das in der nächsten Folge, ne? Ich genieße gerade ein bisschen die Ruhe. Sorry, dass wir diese Folge nichts geschafft haben, aber ihr seht ja selber, was hier los ist. Häääääää... Ich bin immer noch... Ich bin immer noch in der Wallachai, ey. Wie ich es immer so schön nenne. Huch! Obwohl, langsam nähe ich mich der Stadt glücklicherweise. Ich bin jetzt eher in so dieser... dieser schönen Waldgegend, wo es ein bisschen grüner wird. Boah, ich bin... Die ganze Zeit am Start hier. Ich bin froh, dass wir gerade wieder ein bisschen Luft haben hier. Das war jetzt auch genug erstmal. Ja, das war echt zu krass. Hey, ist das die Brooklyn Bridge? Ich weiß es gar nicht. Jetzt müssen wir uns echt darauf konzentrieren, dass wir in der nächsten Folge mal wirklich was gebacken kriegen. Ein paar Missionen und sowas alles. Erstmal ein paar schöne Läden ausräumen und dann ein paar ordentliche Missionen. Und dann ein Knoppers. Boah, wenn jetzt ein Zug hinter mir vor oder vor mir kommt, dann bin ich so gearscht. Ich bin im Tunnel, ich bin im Zugtunnel. Achso. Alter Schwede. Hol der keine Zugluft. Ich habe auch schon Nackenschmerzen. Huchauszeichnung, Schadenfreiheitsrabatt. Warte, wer hinter mir? Boah, ist hier aber krass. Ah, das ist aber ein geiler Tunnel, den müssen wir uns merken. Meinst du, wenn Helis kommen? Der ist super. Guck mir den gerade nochmal auf der Karte an, wo der ist. Okay, ich glaube, warte mal, jetzt habe ich hier Ruhe. Ich habe die Cops los. Oh, ist das schön, einfach mal ein bisschen rumzufahren. Hier ist der Tunnel. Sehr guter Tipp, um die Cops loszuwerden. Ach ja, angenehmst. Okay, wo geht's hin? Ich finde es lustig, dass da immer steht. Ich fahre erstmal zu Amunition. Ich finde es lustig, dass da immer steht. Wieso? Oh, der Jet-Rund. Ja. Vorsicht zu dir. Ich finde es lustig, dass da immer steht, wenn er das Spiel verlässt, aber nie, wenn jemand beitritt. Ja, das ist auch komisch. Finde ich auch. Wieso muss ich jetzt hier außen rumfahren? Einbahnstraße, hallo? Ach, der ist so... Tatsache, hier sind wirklich Einbahnstraßen. Oh, das war geraten. Aber hier ist es jetzt irgendwo. Ah, hier genau. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ach, ich fahre schon wieder. Hier ist auch noch ein Zugtunnel, Leute. Wir müssen einfach noch so ein Schienenstrecken bleiben. Oh, da kommt einer. Was will der? Der ist im Passivmodus. Verpiss dich. Geh weg. Der steigt aus. Oh, oh. Alter. Boah, der ist eine richtig geile Zuganlage. Hallo, Berliner Kindl. Ein schönes Hemd hat er an. Sehr schön, sehr schön. Macht er gut. So, und jetzt muss ich gucken, Helikopter. Wer ist das? Es ist Currywurst. Ich bin schon an euch vorbei, glaube ich. Lass mal zur Amunation gehen. Irgendein Zugtunnel. Oh, super Karte. Alter, Berliner Kindl säuft sich ein. Ich wünsche, ich hätte das Geld, mich mal zu besaufen. Wo kommen wir denn da rein bei Amunation? Durch die rote Tür. Da, wo unser Auto steht. Ah, ich bin ganz in eurer Nähe. Wahnsinn. Geil. Aber wie komme ich da hin? Ach, da. Huch. 11 Dollar gerade geholt. Ich habe mittlerweile eine MP freigeschaltet. Die kostet aber 7000, wenn man die kaufen will. Boah, geil. Aber MP ist das Geilste, was du haben kannst, glaube ich. Ja. Das stimmt. So, Pistole. Ich hole mir mal erstmal Pistole. Schuss, 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 Schuss. Ich hole mir erstmal ganz viel Schuss für die Pistole. Taktisches Licht brauche ich nicht. Schalldämpfer brauche ich nicht. Größeres Magazin wäre eigentlich ganz geil. Aber es bin zu teuer mit 9000. Kann ich mir nicht leisten. So, ich fahre zu euch. Ich fahre zu euch. Sehr schön, sehr schön. Wo ist die Shotgun? Da ist die Shotgun. Da bin ich ja. Hä, Granatwerfer? Nee, da. Ich hoffe, jetzt wird mein Auto nicht wieder getrackt. So, ich habe erstmal Muni geholt. Auch so teuer alles irgendwie, ne? Huch. Gestorben, erledigt, verlassen, verlassen, erledigt. Oh, wir haben Besuch. Oh, ich brauche unbedingt Munition auch. Hier, Monkey, die gerade reinkommt. Die können wir gleich rumhauen, wenn sie rauskommt. Monique. Monique, Monique. Monkey. Monkey Island. Wollen wir hier mal auf sie warten? Okay, Jungs, ich komme in den Laden rein, ne? Vorsicht, Vorsicht. Da ist noch Monkey drin, die hat ihr gerade alle erledigt. Echt? Aber ihr seid da auch drin. Oh, nein, Entschuldigung. Oh, Alter. Nein, fuck it. Da liegt eine Waffe, da liegt eine Waffe, oder? Nein, da liegt nur Bier. Was soll der Scheiß? Ja, ja, scheiße. Tobi, hast du erledigt, super. Ich habe sie, ich habe sie. Wieso habe ich jetzt... Alter, ja, ja, ich habe Regie aus der anderen runtergehauen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf Dinge ziehen. Da sind wieder zwölf Munitionen, Leute. Wir können Laden überfallen. Auszeichnung Witwenmacher. Sorry, Regie, das wollte ich nicht. Boah, was war das denn? Ich glaube, hier geht es gerade wieder übelst ab. Er hat geschlossene Erminen. Der nächste Krieg. Ja, ich glaube schon. Vielleicht sollten wir uns gleich aus dem Staub machen. Ja, ich würde sagen, wir beenden mal diese Folge, glaube ich, hier. Warte mal, eine Sache will ich noch mal probieren. Ich will mal gucken, ob ich bei Ammonation aufs Dach komme. Ja, kommen wir. Nee, schade, schade. Von hier aus nicht, wo ich gerade bin. Ich bin gerade hinter dem Gebäude. Irgendwie muss... Ja, ich weiß wie. Einfach den Container hoch. Oder? Das müsste noch klappen. Ich glaube nicht. Nee, leider nicht. Hier ist es so schief. Das liegt an dem Runddach. Habt ihr denn noch Cops am Arsch? Nee, nee, ich habe keine. Super. So, da ist FIFA Zocker 2. Ich habe ein sicheres Auto, Leute. Kommt mal her. Oh. Ja, ich weiß, dass ich nicht genug Geld habe. Kommt mal mit. Mal kurz. Mal kurz gucken, FIFA. Wir müssen in den Jeep hier steigen. Aber da sind Cops, ne? Wenn du den jetzt nimmst. Nee, das ist doch unser Alter, oder? Das muss doch funktionieren. Äh, der ist trotzdem unklaut. Der wird ja nicht unser dadurch. Doch, ist er. Ist gar kein Problem. Ja, na gut. Der steigt schnell ein. Okay. Jetzt geht es zum nächsten... Wie der aussieht jetzt schon. 616 hat erstmal Brüllenkarre geklaut. Okay, warte auf, Jungs. Jetzt muss ich einmal auf die Karte schauen. Wo ist der nächste Ort, wo wir hin müssen? Okay, äh, hier. Den Laden nehmen wir hoch, ne? Jetzt haben wir Sterne. Jetzt haben wir Sterne. Jetzt haben wir Sterne. Schön, warum? Ja, wahrscheinlich, weil wir mit einer geklauten Karre rumstehen. Aber der ist doch schon lange geklaut. Das ist doch Ewigkeiten her. Das macht ihn ja nicht ungeklaut. Ja, das finde ich ein bisschen übertrieben. Ja, man muss jetzt hier halt ein eigenes Fahrzeug wieder besorgen. Anders geht's nicht. Dann müssen wir mal zum Schrottplatz fahren. Vielleicht sollten wir das mal echt als erstes machen, damit wir nicht immer gesucht werden. Mariechen hat das Spiel verlassen. Guck mal, mein Finger. Willst du mal riechen? Warte mal. Eine Sekunde. Leute, gib mir doch mal die Karte jetzt anstatt so einen Scheiß zu reden. Zu unserem Auto. Was soll ich hier markieren? Zu unserem Auto. Ich habe momentan kein Auto mehr, leider. Ich habe das noch aktiviert. Doch, das müsste doch noch auf dem Schrottplatz stehen, oder? Ich habe mir offscreen eins gechartet, aber leider hat er das nicht gespeichert. Ne, meins ist auch weg. Oh nein, echt? Meins war noch da bis vor kurzem. Dann muss ich der einzige, der gerade gucken kann, ob mein Auto noch da ist. Hast du es noch auf der Minimap irgendwo angezeigt? Es waren bis letzte Folge noch da. Ja, wenn es jetzt nicht mehr da ist, ist es nicht mehr da. Dann ist es weg. Ja, ich sehe es halt jetzt auch so spontan. Ich werde ja auch von Kops verfolgt und muss fahren irgendwie. Ja, ja, das kannst du aber knicken, das ist weg. Okay, dann müssen wir jetzt einfach wirklich abhauen wieder. Alter Schwede. Boah. Currywurst wieder im Helikopter. Standesgemäß. Okay, die Kops sind weg. Jetzt muss ich irgendwie eine Seitengasse erwischen, wo wir abhauen können. Hier rechts. Warte, hier. Ganz herunter in den Kanäle, genau. Da ist Ruhe. Da kannst du auch in die Brücke stellen, irgendwo. Ja, und dann machen wir mal ein kleines Päuschen. Wir haben wieder neue Spiele auf dem Server. Na, von wegen ist Ruhe. Huch. Was macht der denn hier? Betriebsurlaub oder was? Alter, was machen die hier unten? Das gibt's doch nicht, Alter. Und so viele davon. Wir haben nur zwei Sterne. Vorsicht. Sehr gut. Boah. Boah, super. Kommt die alle her? Kann ich da drüberspringen? Nee, kann ich nicht. Nein. Gut eingeparkt. Aber leider hat das Geschäft geschlossen. Eigentlich hätten wir da auch warten können. Nee, da kommt's ja. Wir können nicht warten. Wir müssen auf jeden Fall in diese Folge irgendwie noch entkommen. Boah. Der ist vorbeigeflogen, ja. Hier kommen die nicht so schnell hoch. Wenn wir jetzt entdeckt sind... Ja, die sehen uns da aber. Ja. Irgendwie erinnert mich unser Jeep an so'n Einkaufswagen. Oder an so'n Golfcaddy. Ja, genau. Den hatte ich eben, Golfcaddy. Bin ich mit gefahren. Oder war das letzte Folge? Ich weiß gar nicht, welcher ich da war. Boah, der Currywurst ist echt ein super Fliegerass, ne? Ja. Respekt. Ach du Scheiße, ey. Das lässt er heute noch nicht aufgehen. Es wimmelt hier nur so von Cops. Das ist doch viel zu viel. Für zwei Sterne ist das vollkommen oversize einfach mal. Weil wir ein Auto geklaut haben. 50.000 Cops immer. Oder hier sind die Curry her. Ich probier mal das aus. Nee, kann ich das auch nicht machen. Gibt da so'ne Sprungschanze irgendwo hier? Wo war die nochmal? Oh. Das ist... Aussteigen. Ich bin Ariel. Boah. Ah, hier war die Sprungschanze. Boah, der Wagen hat mich gerade nach unten gedrückt. Scheiße, komm nach oben, Alter. B, ne? B muss drücken. Ja, ja, ich weiß. Aber der hat mich gerade nach... Ich hab gerade den Wagen auf den Kopf gekriegt. Jetzt reicht's. Ich bin jetzt mal clever. Hoffe ich. Yeah, ich hab die Bullen los. Ich hab die Cops erschossen. Was? Und das war clever? Jetzt hast du keine Sterne mehr. Nee, ich hab sogar drei. Aber ich hab auch ein bisschen Munition. Die will ich auch haben. Und das Geld... Dann will ich nichts mit dir zu tun haben, wenn du drei Sterne hast. Und mach hier einen Mega-Jump. Und jetzt Mega-Jump. Oh, Gott, die funktioniert. Super-Mega-Jump, ey. Ich verfolge das gerade aufgeregt von hier. Und das ist nicht die Sprungschanze. Vorsicht, 616-Player. Hast du gerade umgefahren. Sorry, Alter. Wie seid ihr denn jetzt weggekommen aus der Nummer? Ich bin einfach durchs Wasser geschwommen zum Pia und dann war ich's los. Ich wollte mich ein bisschen in Deckung bringen. Was sagt der Pia so? Der Pia sagt, dass wir ihn Brosnen nennen dürfen. Ach du Scheiße, ey. Ey, ich krieg die Cops nicht los. Das ist unglaublich. Ich muss irgendwo hinfahren, wo ich die nicht im Arsch hab. So, hier. So, ich verpiss mich mal ein bisschen. Sorry, Curry. Ich flieg jetzt auch nicht mit dem Heli. Ich flieg jetzt einfach nur mal weg. Und dann will ich mal ein bisschen was Vernünftiges machen. Ich muss aus der Bullenkarre raus. Scheiße. Der springt hier überhaupt nicht hoch, Mann. Alter, ich bin hier in irgendeinem, unter der Brücke in irgendeinem Penner-Eckchen oder so. Scheiße. Ich bin zu lange gelaufen. Oh, hier ist gut zu verstecken. Oh, hier bleib ich jetzt. Hier kriegen die mich niemals. So, Jungs. Ich glaube, ich bin jetzt auch mein Agro los. So langsamer sicher. Ich dachte gerade, die schießen auf mich. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein kleines Rogenpäuschen. Boah, Alter. Ich mag nicht mehr. Ich will doch einfach nur ein bisschen Geld verdienen. Ich will doch ganz normalen Laden überfallen wie jeder andere auch. Wem sagst du das? So, 616-Player will, dass ich in die Karre steige. Was schönes Neues entdeckt. Cool. Hat geklappt. Hat funktioniert. Ich kann nicht in die Karre steigen, weil ich will nicht mehr von den Bullen gesucht werden. Lieber 616-Player, es tut mir echt leid. Jo, und wir machen dann in der nächsten Episode weiter, meine Lieben. Bis dahin. Genau, Sekeraya ist auch raus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Oh, man, eine neue Karre. Schön. Tschüss. Oh mein Gott. Mega Überlänge-Folge heute wieder. Ob wir das nochmal gebacken kriegen, hier irgendwie eine Bank auszurauben oder einfach nur einen Laden. Ich glaube ja eher noch nicht. Ich glaube, wir werden echt viel Spaß haben. Vor allem auch mit anderen Spielern. Um voranzukommen, brauchen wir eine Single-Session. Ob wir das in der nächsten Folge gebacken kriegen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal.